Bis hierher, ich glaube, insgesamt so an die 600 Kilometer von gestern Abend bis hierher. Aber nachts kann man sehr gut fahren. Wir haben es geschafft. Wir haben zwar das Hotel nicht gleich gefunden, aber eine Dreiviertelstunde Ebersweiter bei Nacht ist auch nicht zu verachten. Und deshalb, weil wir alle so schön ausgeschlafen sind, haben wir auch eine ganz, ganz tolle Laune. Das ist aber nett. Huch! Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn ich so herzlich empfangen werde. Und ja, die Blumen ist immer noch etwas Tolles. Oh, das ist verwirklich von meinem. Mir ist nämlich gerade so locker, passt mein Absatz genau rein. Also es kann sein, dass ich mir irgendwann mal hier so ein bisschen was nur ansammer darf, als was passiert. Alles klar. Ich habe mir gedacht, dass ich ein Programm zusammenstelle, wo ich hoffe, dass vieles dabei ist, was den Leuten gefällt. Und dass vielleicht so ist, wie sie denken, wie sie fühlen. Denn so viel anders sind die Menschen nicht als ich. Ich glaube, es gibt viele, die genau dieselben Sachen beschäftigen wie mich. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, mit meiner Stimme rauszugehen und mein Gefühl fein laufen zu lassen. Und das will ich jetzt tun. Und zwar mit einem Tipp. Das war. Das war es. Das war es. Vielen Dank.